So Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Hardware News hier bei GaxTV. Ja, den Begriff Hardware News, der stammt nicht von mir, aber genau darum geht es heute. Und zwar hat über die Nacht hinweg Intel endlich den Vorhang für Cascade Lake X gelüftet. X299 bekommt endlich das, was es verdient hat. Es hat jetzt inzwischen schon zwei Generationen durchlaufen und jetzt mit dem dritten Anlauf versucht Intel sich hier im HEDT, also High-Core-Count-Markt, gegen Fretripper zu wappnen und hat es hier an der Stelle auch in meinen Augen wirklich geschafft. Ich habe eigentlich gedacht, dass Intel für 2019 mehr oder weniger alles liegen und stehen lassen hat und gesagt hat, okay, ja, wir fokussieren uns jetzt auf 2020, vielleicht 2021 an, um zurückzuschlagen. Aber der Konter kam schneller als gedacht, ja, mit Cascade Lake X. Es ist tatsächlich soweit. Intel hat es tatsächlich geschafft, jetzt mit X299 hier die Kurve zu kriegen und die gesamte Plattform hier abschließend nochmal zu retten, bevor wir dann nächstes Jahr natürlich die nächste HEDT-Plattform sehen werden mit wahrscheinlich GDDR5, ja, das ist jetzt eine sehr vage Spekulation und PCIe 4.0, vielleicht auch PCIe 5.0, zumindest ist das, was Intel hier angehen wollte. Das werden wir alles nächstes Jahr sehen. Und die Gerüchte rund um Z490 und einen komplett neuen Chipsatz Sockel, der entsprechend für den Mainstream-Konter von Intel auch 2020 kommen soll, ja, mit 10 Kernen. Das erwarten wir 2020, aber was hat Intel jetzt noch geschafft? Ja, was kann man noch aus X299 rausholen? Ja, Intel hat hier tatsächlich insgesamt vier neue CPUs auf den Markt gebracht und zwar einen 10, 12, 14 und 18 Kerner, ja. So haben wir zumindest mit dem 12 Kerner eine direkte Überschneidung mit dem Ryzen 3900X und der 16 Kerner, ja, also der 3950X von AMD ist hier an der Stelle nicht direkt vertreten, ja. Wir haben einen 14 Kerner, aber dafür einen 18 Kerner. Und jetzt denkt ihr euch, ja, okay, den 18 Kerner gab es vorher auch schon, das ist eine 2.000 Euro CPU und wie soll das ein Konter gegen AMD sein? Leute, haltet euch fest, die CPU, der 18 Kerner von Intel, kostet unter 1.000 Euro. Ja, um genau zu sein, 979 Euro bzw. US-Dollar, ja, das ist erstmal der Release-Preis, ist die MSAP, mit der Intel auf den Markt geht und das ist wirklich eine Ansage, ja. 18 Kerne unter 1.000 Euro, vorher einfach mal doppelt so viel gewesen, was Intel anging und mit 18 Kernen, ja, zwei zusätzlichen Kernen und vier zusätzlichen Threads gegenüber dem Ryzen 3950X, der mindestens 750 US-Dollar kosten wird, teilweise, ja, mit Platzhaltern von 999 Euro in manchen Shops geleakt, aber ich denke, es wird trotzdem so sich bei den 750 Euro einpendeln, aber nichtsdestotrotz, ja, und der 16 Kerner muss sich jetzt hier an der Stelle gegen einen Intel 18 Kerner behaupten und der wird es auf jeden Fall in sich haben, ja. Nicht nur mit der TDP von 165 Watt wird das Ding auf jeden Fall ein Biest zu bändigen sein, also die Hitzeentwicklung will ich hier wirklich, ja, nicht miterleben, kann ich an der Stelle nicht anders sagen, es wird halt immer noch eine 14 Nanometer CPU sein, an der Stelle inzwischen schon verlötet, das ist soweit so gut, aber nichtsdestotrotz 18 Kerne mit einem Turbo von 4,8 Gigahertz im Single-Core-Boost und das bei allen vier CPUs, die jetzt hier auf den Markt gekommen sind, abgesehen von dem 10 Kerner, der hat lediglich einen Turbo von 4,7 Gigahertz, also der ist so ein bisschen die abgespeckte Variante, aber 10 Kerne, ja, im Low-End von der HEDT-Plattform für 590 US-Dollar. 590 US-Dollar, ja, ihr bekommt 10 Kerne, das ist nicht so weit entfernt von dem i9-9900K, ja, der in den 8 Kerner ist und ja, der hat zwar einen Turbo von 5 Gigahertz und der 9900KS mit einem All-Core 5 Gigahertz-Boost kommt an der Stelle auch, aber der ist bei über 600 Euro angesiedelt, zumindest konnte man das aus den bisherigen Leaks entnehmen und jetzt einen 10 Kerner zu sehen ist so ein bisschen die Preview von dem, was wir für nächstes Jahr sehen werden und zwar im Mainstream. Ja, denn wie bereits gesagt, wir erwarten bereits einen 10 Kerner im Mainstream auf Z490 nächstes Jahr, Anfang nächstes Jahr sogar und diese 10 Kerne werden mit größter Wahrscheinlichkeit ebenfalls auf 14 Nanometer plus 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 basieren, aber die 5 Gigahertz bringen können und das im Mainstream zu sehen ist natürlich eine direkte Reaktion auf AMD, ja, den Fertigungsprozess von 14 Nanometer nochmal ausgebeutet, alles was noch geht, eben ausgeschöpft und auf den Markt losgelassen. Das wird auf jeden Fall eine interessante CPU und ein interessanter Chipsatz sein, den Intel eben sehr, sehr kurzfristig als Konter gewappnet hat. Wir nennen ihn einfach mal den i9-10900K, ja, so wird das Ding heißen, also 10900K. So ist auch das Namensschema tatsächlich der 9. Generation auf X299-Basis aufgebaut und zwar heißen die Chips, ja, ich fange von unten an, also 10, 12, 14 und 18 Kerne in der Reihenfolge. Der unterste Chip heißt i9-10900X, der darüber heißt 10920X, der darüber mit 14 Kernen heißt i9-10940X und der 18 Kerne an der Stelle heißt 10980XE. Ich hoffe, ich habe das Ganze jetzt richtig gesagt gehabt, denn das Namensschema ist wirklich ein Horror. Also wer sich das im Marketing angeschaut hat, hätte eigentlich direkt losschreien sollen und das Ganze verhindern müssen. Denn ja, das sind Produkte, die auf dem professionellen Markt abgestimmt sind und entsprechend auch ein größeres Know-how mit sich bringen, aber nichtsdestotrotz soll es ein repräsentatives Produkt sein. Also rein theoretisch ist es ja ein Intel Core i9-10980XE. Ja, aber was ist das? Wer hat da seinen Stempel abgegeben und das Ganze abgesegnet? Ich weiß es wirklich nicht. Also wer da in Intel im Marketing sitzt, da kann man sich immer nur wieder an den Kopf fassen. Aber die Preise, ja, die Preise, die haben sie sich echt gut überlegt gehabt, denn wie bereits gesagt, der 18-Kerner kommt mit 979 US-Dollar daher, der 14-Kerner mit 784 US-Dollar, der 12-Kerner für 689 US-Dollar und damit, ja, ein bisschen weiter entfernt von den 529 Euro, die an der Stelle der Ryzen 3900X kostet. Aber HEDT gegen X570 Chipsatz zu vergleichen, ist natürlich nicht ganz fair, deswegen muss man an der Stelle ein bisschen abwarten, was Fred Tripper 3000 kosten wird, und mit was für CPUs vor allem AMD sich dort aufstellen wird, ob sie die 12- und 16-Kerner an der Stelle auch auf den Markt bringen werden oder vielleicht einfach nur High-Core-Count-Chips im Bereich von über 16 Kernen, ja, wir sprechen von 24, 32 und 64 Kernen, also das ist zumindest das, was man ungefähr vermutet. Aber ein unteres Fred Tripper-Segment wäre an der Stelle angebracht, alleine um X299 und Cascade Lake X ein bisschen vorzubeugen und was entgegenzusetzen. Jede dieser vier CPUs kommt mit insgesamt 72 PCIe 3.0 Lanes, das heißt, ja, wir sehen hier immer noch kein PCIe 4.0, aber 4.0 ist auch eigentlich nur eine Übergangsphase, bis PCIe 5.0 tatsächlich nächstes Jahr auf den Markt kommt, und entsprechend für X570 ein netzes Feature, ja, einfach eine Möglichkeit, sich gegenüber Intel nochmal ein bisschen mehr abzusetzen, und zwar nicht nur durch den Preis, sondern eben, ja, einen größeren Feature-Set, aber eben nächstes Jahr redundant und entsprechend auch abgelöst durch PCIe 5.0. Ursprünglich habe ich in meinem vorherigen Video rund um Fred Tripper 3000 und die aktuelle Newslage sozusagen gesagt gehabt, dass im Oktober Cascade Lake X kommt. Das ist soweit auch richtig, zumindest von den News, ja, wir haben jetzt die Preise, wir haben das gesamte Line-Up, also wir wissen, was da kommt, aber es kommt nicht im Oktober, ja, das Ganze wurde auch für den November angekündigt, das heißt, im November werden wir genauso wie Fred Tripper und genauso wie den Ryzen 3950X von AMD entsprechend das Ganze dann im Handel sehen, und das wird ein echt interessanter Kampf. Wer entsprechend hier die Führung gewinnen kann, das ist wirklich die Frage, es wird auf jeden Fall neue X299-Boards von den Boardpartnern geben, es sind schon sehr, sehr viele Boards über die Zeit verschwunden, also sei es jetzt das ASRock ITX oder das MSI MATX, das ich bereits auf dem Kanal vorgestellt hatte, diese Boards sind so nicht mehr erhältlich, deswegen vermute ich, dass wir für den Refresh auch ein bisschen, ja, aufpolierte Boards sehen werden, aber nichtsdestotrotz sind sämtliche vorherigen Boards auf X299-Basis eben mit einem BIOS-Flash für die neuen CPUs gerüstet, also da müsst ihr euch keinen Kopf machen. Wenn ihr letztes oder vorletztes Jahr in X299 investiert habt, ist das Ganze immer noch aktuell, finde ich soweit gut, ja, da hat Intel jetzt an der Stelle ein bisschen Courage gezeigt und ein Produkt rausgebracht, das erstens, ja, die Hälfte kostet und zweitens einiges an Performance mit sich bringen wird, denn 4,8 Gigahertz im Single-Core-Boost bei einem 18-Kerner sind schon eine Ansage und ob wir dann im OC vielleicht die 5 Gigahertz mit dem einen oder anderen Chip sehen werden, ob jetzt 10, 12, 14 oder 18 Kerne, das werden wir natürlich herausfinden. Die Frage ist natürlich, welcher dieser Chips interessiert uns am meisten und ja, der 10-Kerner scheint recht interessant zu sein, vor allem, weil er uns einen Eindruck davon geben wird, was wir von einem 5 Gigahertz 10-Kerner 2020 zu erwarten haben, also wenn das Ganze in den Mainstream kommt, denn 14 Nanometer bleiben 14 Nanometer. Deswegen denke ich, dass es zumindest die günstigste Möglichkeit für uns wäre, hier einen kleinen Eindruck zu bekommen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was ihr davon haltet, also schreibt vielleicht in die Kommentare, wo ihr vielleicht den Fokus für den Kanal in den nächsten paar Monaten sehen wollt. Also sei es jetzt Fredripper 3000 bis sagen wir 16 Kerne würde ich mitgehen, darüber hinaus ist es einfach nicht mein Anwendungsbereich. Oder Ryzen mit X570 und dem Ryzen 3950X mit 16 Kernen, der für mich auch sehr, sehr interessant ist. Keine Frage, vor allem von der Preis-Leistung oder tatsächlich X299. Denn das stand für mich eigentlich gar nicht zur Debatte, aber nachdem ich die Preise jetzt gesehen habe, wie sich Intel hier mit 18 Kernen aufstellt, ist das Ganze natürlich echt spannend und vor allem der 10-Kerner ist tatsächlich attraktiv. Kann man nicht anders sagen. Ja, ist natürlich nichts, worauf ich langfristig setzen würde. Ich habe bereits durchsickern lassen. Ich habe in meinem Laptop den i9 9980 HK, also einen 8-Kerner drin, mit dem ich primär arbeite und in meinem Gaming-System den Ryzen 5 3600 mit einem B450-Board, womit ich auch überglücklich bin. Also wenn, dann wäre es rein aus Interesse, was die Plattform so hergibt oder wir überspringen das Ganze einfach. Gebt einfach eure Meinung dazu ab. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was ihr dazu zu sagen habt und dann bedanke ich mich an der Stelle auf jeden Fall fürs Einschalten und wir sehen uns das nächste Mal zu einer weiteren Runde GaxTV. Bis dahin, wie jedes Mal Gaming Fitness, that's you see on GaxTV. Bis dahin, wie jedes Mal Gaming Fitness,